1995 dann der Cut. Albert R. Broccoli tritt ab. Er übergibt sein komplettes Lebenswerk, das Bond-Franchise, an Barbara und Michael. Eine der ersten Amtshandlungen von Barbara Broccoli als Produzentin war die weibliche Besetzung der M mit Dame Judi Dench. Aus heutiger Sicht würde ich mal sagen, was ein Glücksfall war das denn bitte für die Rolle, für Judi Dench und eigentlich auch für die ganze Filmreihe.